Moin Moin Freunde, gepflegte Rockmusik. Herzlich Willkommen im Lütten Rock Archiv. Schön, dass ihr mal wieder reinschaut. Von halbem Ewigkeit schon gekauft. Ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht. Ich habe es sogar mal hochgeladen, aber nicht veröffentlicht. Und nur ist so viel Zeit vergangen, dass ich mir denke, jetzt kann ich es auch löschen und noch mal neu aufnehmen. Es geht dabei um dieses gute Stück. Die zweite Van Halen Box, die jetzt schon Ende letzten Jahres rauskam und ich glaube inzwischen schon wieder nicht mehr erhältlich ist. Außer als LP-Variante, aber es gab halt auch eine CD-Box. Die Van Hager-Phase. Ich möchte gar nicht großartig auf die Scheiben eingehen. Ist, wie ich finde, eine sinnvolle Box, wenn man endlich mal die Scheiben aus mit Sammy Hager in Remasterter Fassung haben wollen würde. Sie sind remastered. Der Sound ist gut, der Sound ist top, ist druckvoll, klar, differenziert. Lässt sich wunderbar hören. Was nicht heißt, dass die Originale nicht auch schon ganz geil waren? Also und über den Mehrwert? Ja, es ist halt, würde ich sagen, fast etwas für Fans. Die Scheiben 5150, OU812, For Unlawful Carnal Knowledge und Balance, Balance immer noch eine meiner liebsten Van Halen Scheiben, sind hier in der ursprünglichen LP-Fassung sozusagen drauf. Sämtliche Bonus-Tracks sind auf der fünften CD. Studio Rarities mit draufgepackt, die aber damals auch schon bei den CD-Varianten mit drauf waren. So sind die einzelnen CDs aufgemacht, nochmal verpackt in einer einfachen Hülle. Und hier auf dieser letzten CD hat man dann diese Bonus-Tracks, die auch auf der einen Best-Of veröffentlicht wurden, aus dem Twister-Soundtrack. Und nichts wirklich Neues. Also wer darauf hofft, dass man hiermit was richtig, richtig Neues zwischendurch kriegt, der wird enttäuscht werden. Wer diese Alben aber einfach mal in einem geilen Sound haben will, sollte mal gucken, ob man das gute Stück nicht doch nochmal kriegt. Ich würde vermuten, dass es irgendwann auch nochmal wieder neu aufgelegt wird. Vielleicht irre ich mich auch gerade und habe falsch geguckt. Aber die CD-Variante finde ich irgendwie immer seltener bei irgendwelchen Online-Händlern oder sonstigen Händlern. Van Halen, eine meiner Lieblingsbands schon seit jeher. Ich liebe auch die ersten Alben. Musikalisch mag ich diese Phase etwas lieber. Ich finde einfach Samy Hager ist einfach eine coole Socke. Und in diesem Sinne, Van Halen, zweite Box, Van Hager-Phase. Macht Spaß. Hört mal rein. Ich hoffe, ich kann euch dazu was verlinken, damit ihr reinhören könnt. Viel Spaß noch. Rock on!